Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Teile aus einem Bild rausschneiden kann. Als erstes mal importiere ich hier mal ein Bild. Nehmen wir das hier. So. Jetzt gehe ich hier mal auf Event Panorama-Cropping. Wenn dieses Zeichen hier bei euch nicht ist, dann müsst ihr die Länge ein bisschen erhöhen, dann seht ihr das. Jetzt gehen wir hier mal auf. Jetzt sind wir noch nicht richtig. Jetzt sind wir bei Event Panorama. Jetzt gehen wir hier unten mal auf Maske. Jetzt sind wir schon richtig. Hier könnt ihr mal das Verankerungswerkszeug auswählen oder ihr könnt auch D verwenden. So. Dann versucht ihr hier die Markierungen zu setzen. Rund um das Ding herum, was ihr halt ausschneiden wollt. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, also bemühen jetzt nicht so viel. Es würde normal viel schöner gehen. Ich werde gleich sehen, dass es nicht so schön ist. Aber es reicht mal zum Erklären. So. Dann schließe ich den Kreis hier. Und jetzt sieht man schon das Ergebnis. Ja. Eigentlich war es das schon. Jetzt ist dieses Bild hier immer so verkleinert. Jetzt kann ich euch nochmal einen Vorher-Nachher-Effekt zeigen. So. Hier mal kürzer. So. Und jetzt zeige ich euch mal vorher-Nachher. Schaut hier hoch rauf. Und jetzt zählt ihr das. Und einmal noch bitte. So. Ja, hier ist ein Schräge. Das kann man alles ändern, wenn man sich Zeit nimmt. Ja. Und das war es eigentlich. Immer bitte, bitte immer schön kommentieren, abonnieren und immer weiter German Video Tutorials gucken. Und ich verabschiede mich hier jetzt mal mit F10. Und ich verabschiede mich hier.